Herr Lamprecht. Ich weiß nicht. Müssen Sie fahren für die Mausgäste nachts um drei kriegen? Also schön, eine Minute, aber wirklich nur eine Minute. Schöne Zustände sind das hier. Von den Medikamenten nehmen wir jetzt erst mal gar nichts. Und das 14 Tage lang. Guten Morgen! Papst, du bist altmodisch. Dafür haben wir doch jetzt Computer. Ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ich hab die Nase voll. Hiermit übergebe ich dir meine Praxis. Herr Rüfer, willkommen. Herr Rhein? Guten Tag, Stürmich. Ah, Herr Doktor. Na, kommen Sie nur rein. Meldige Horsamtsstaatsbürger. Hier bei Theodor Johannes Lamprecht. Margaritestraße 4 seid heute dort polizeilich gemeldet. Na, also. Manche Leute muss man erst verhaften, bevor sie ihre Pflicht tun. Übrigens, Herr Doktor... Nein, nicht Doktor. Lamprecht. Einfach Lamprecht. So gut, Herr Lamprecht. Nur damit Sie Bescheid wissen. Mein junger Kollege, Herr Knorr, hat den gestrigen Vorgang in dem Gesundheitsamt gemeldet. Gesundheitsamt? Wieso denn das? Er hat wohl was mit seiner Dienstauffassung zu tun. Und die ist momentan sehr streng. Bei uns grassiert gerade eine Beförderungsepidemie. Was gibt's für mich zu melden? Keine Ahnung. Ich weiß nur, irgendetwas kommt dann auch auf Sie zu. Also, Augen auf und Ohren steif. Ja, dass ich mich aufmerksam gemacht habe. Wiedersehen, Herr Kommissar. Wiedersehen. Hier. Danke sehr. Ich drücke Ihnen die Daumen. Also, wenn Sie am besten, Ihre Frau kommt selber vorbei, will werden Sie das einmal ansehen? Ja, auf Wiedersehen. Ja, Herr Doktor. Sie sind's doch, oder? Natürlich sind Sie Dr. Lamprecht. Komm, Sie gehen Sie doch mal vor. Ja, ich... Warte, hat er noch nicht geschleppt? Ich weiß, ich weiß. Komm, Sie können ja Ihren alten Patienten wiedererkennen. Kurt Kohlheller. Ihr Sorgenkind. Ach, Herr Kohlheller. Entschuldigen Sie, dass ich Sie nicht gleich erkannt habe. Aber die Augen wissen immer, werden immer älter. Wie geht's Ihnen denn? Was macht denn unser altes Kelsenheim? Oder wohnen Sie da nicht mehr? Doch, doch. Aber ich betreue jetzt hier einen größeren Bezirk, Mittelbach-West. Ah, ja, ja. Sie sind ja in der Versicherung tätig, natürlich. Da kann man Ihnen ja gratulieren. Mir? Gratulieren? Na ja, ich kann mir doch vorstellen, dass der Großstadtsasphalt für Sie bekömmlich ist. Ich weiß nicht. Beruflich gesehen jedenfalls ist unser altes Kelsenheim. Na ja, beruflich gesehen, es mag schon sein, ja. Ah ja, Gesundheit. Wie geht's Ihnen denn so gesundheitlich? Ja, nicht so gut. Nicht so gut, ja. Sie hatten doch irgendwas mit dem Magen, Lunge, Leber oder was war das? Lunge und Leber. Lunge und Leber, ja, ja. Mit der Milz war auch irgendwas. Und die Nieren. Und die Nieren, sehen Sie. Da haben wir ja fast alles zusammen. Wer behandelt Sie denn jetzt? Na, die Frau Doktor. Was für eine Frau Doktor? Na, Ihre Tochter. Sind wir bei einer Tochter in Behandlung? Na, sagen wir mal, sie untersucht mich regelmäßig. Helfen kann sie mir sowieso nicht mehr. Wenn ich gewusst hätte, dass Sie jetzt hier... Komisch. Die Frau Doktor sagte, Sie hätten aufgehört. Ja, ich habe aufgehört. Ja, Sie praktizieren nicht mehr? Nein, ich privatisiere. Ach, und wer sind die Leute da? Ja, das ist ja eine Familie mit Kindern, eine Kinderreiche. Ich habe die Patenschaft übernommen und das ist jetzt gekommen, um sich zu bedanken für die Geschenke. Ich habe einen kleinen Affen, einen kleinen Elefanten... Na ja, dann will ich nicht länger stören. Wiedersehen. Ja, wiedersehen, wiedersehen. Ach ja, wenn ich die Frau Doktor sehe, soll ich Sie von Ihnen grüßen? Unterstehen Sie sich. Wie bitte? Na, ich meine, Sie brauchen Sie nicht extra zu grüßen. Wir telefonieren fast täglich zusammen. Ja, aber es sollte mir nichts ausmachen, wenn ich Sie sehe. Sie halten sich da raus, verstanden? Jawohl. Ich weiß gar nicht, warum Sie sich so aufregen. Hier steht es schwarz auf weiß. Paragraph 6 Absatz 1. Die Ausübung des ärztlichen Berufes ist die Ausübung der Heilkunde unter der Berufsbezeichnung Arzt oder Ärzte. Sie bezeichnen sich nicht als Arzt. Also geht Sie das gar nichts an. Moment mal. So sehe ich das. Ja, darf ich mal... Da haben Sie... Darf ich... Bitte. Meine es nicht. Geht? Ja, ja, geht gut. Arzt und Nicht-Arzt. Ein unzulässiges Zusammenwirken liegt nicht vor, wenn der Arzt zur Erzielung des Heilerfolges am Patienten die Mitwirkung eines Nicht-Arztes für notwendig hält. Natürlich. Sie haben recht. Das könnte mich retten. Recht? Na ja, lassen Sie sich mal überlegen. Ich bin approbierter Arzt, übe aber die Heilkunde als Nicht-Arzt aus, womit ich, nehmen wir mal an, gegen die ärztliche Sitte verstoße. Wenn ich nun in meiner Eigenschaft als Arzt zur Erzielung eines Heilerfolges bei einem Patienten die Mitwirkung eines Nicht-Arztes für erforderlich halte, was mache ich dann, Doppelpunkt? Ich ziehe mich in meiner Eigenschaft als Nicht-Arzt hinzu und bin aus dem Schneider. Großartig. Wenn man so mit den Zehn Geboten umgehen könnte. Na ja, ich kenne welche, die machen das. Ach nein. Nein, geht ja nicht. Warum nicht? Nein, ach, hören Sie. Die Ausübung des ärztlichen Berufes in eigener Praxis ist an die Niederlassung gebunden. Diese ist durch ein Praxisschild entsprechend § so und so kenntlich zu machen, Ort und Zeitpunkt der Niederlassung, sowie jede Veränderung, hat der Arzt der Ärztekammer unverzüglich mitzuteilen. Das kommt ja gar nicht in Frage. Wie der alte Papierkram, denke ich ja gar nicht dran. Verlangt ja niemand. Ja doch, natürlich, hier, dieser § 9, damit kriegen Sie mich. Ach, Sie sind Gespenster. Wer sollte gegen das, was Sie in diesem Haus privat tun, etwas einzuwenden haben? Ja, außer mir. Ach, meine lange Komplizenschaft. Ich nehme an, Sie kommen nicht als Patient zu mir. Wie sollte ich, wo Sie doch nicht mehr praktizieren? Eben. Was sagt mir das Vergnügen? Mein Beruf. Schöner gesagt, die Sorge, Sie könnten nicht ausreichend versichert sein. Ja, ich bin ausreichend versichert, Herr Kohlheller. Leben, Krankheit, Unfall, Einbruch, Feuer, Wasser. Ja, ja. Tut mir leid für Sie. Und wie steht's mit der Haftpflicht? Ausgezeichnet. Wenn mein Hund auf die Idee käme, Sie zu beißen, brauche ich mich nicht zu beunruhigen, finanziell gesehen. Ich meine auch mehr die berufliche Haftpflicht. Herr Doktor, § 8 B.O. Ich bin nicht mehr beruflich tätig. Davon ist Ihr Fräulein Tochter überzeugt. Vorläufig noch. Sie hat mich übrigens für Donnerstag bestellt. Wollen Sie mir Ärger machen? Wir können die Haftung nach § 223 ausklammern, weil Sie nicht chirurgisch tätig wären, falls Sie tätig wären. Das ist prämienmäßig am günstigsten. Darf ich ein entsprechendes Angebot unterbreiten? Ich wüsste nicht, was mir lieber wäre. Sonst noch was? Ehrlich gesagt, ja, Herr Doktor. Ich schlafe so schlecht seit Wochen. Ach was, seit Monaten. Können Sie mir da nicht was verschreiben? Barbital hat mir immer am besten geholfen. Barbital, nein, nein, Herr Kohler. Zum Einschlafen gibt es geeignetere Mittel. Die nützen bei mir nichts. Ich brauche... Ich brauche Barbital. Schlaflosigkeit hat meistens eine bestimmte Ursache, die sich vielleicht auch auf andere Weise lösen lässt, als mit Tabletten. Wenn Sie sowieso mit meiner Tochter sprechen, dann reden Sie mal mit ihr drüber. Selbstverständlich kann sie Ihnen hier Barbital immer noch verschreiben. Das tut sie ja nicht. Aber Sie werden mir das verschreiben. Sie haben doch sicherlich noch einen Rezeptblock aus der Zeit, als Sie noch berufstätig waren. Ich seh mal nach. Na also. Allerdings muss ich Sie in dieser Angelegenheit um einen Gefallen bitten. Sozusagen in unserem beiderseitigen Interesse. Ja? Wie Sie ganz richtig bemerkt haben, befinde ich mich, was meine derzeitige Tätigkeit betrifft, in einer etwas heiklen Situation. Hm. Das kann man wohl sagen. Ich muss Sie also bitten, mit diesem Rezept in keine andere Apotheke zu gehen, als in die Storchenapotheke. Und zu keinem anderen darüber zu sprechen, als mit Herrn Apotheker Maske. Das ist ein sehr guter Freund von mir. Wir wollen doch keine unannehmlichkeiten haben. Ich hoffe, wir verstehen uns. Wir verstehen uns. Schreiben Sie ruhig die Doppelpackung auf. Dann muss ich nicht so bald wiederkommen. Doppelpackung. Machen Sie aber darauf aufmerksam, dass Sie unter gar keinen Umständen mehr als eine pro Tag nehmen dürfen. Das ist ein Mittel mit langer Zeitwirkung. Ich weiß Bescheid. Babital. Danke. Hey, du. Musenfreund. Fehlt nur noch, dass du gleich schnarrst. Entschuldigung. Also noch vor einem Jahr hättest du sicher hellwach dagesessen und hättest mir zugehört. Oder hättest mir wenigstens erklärt, wie man Beethovens Otitis interna heute klinisch beurteilen würde. Ich glaube wirklich allmählich bist du zu alt für mich. Ich bin nur undemüde. Also das ist doch dasselbe. Was soll ich denn da sagen? Ich hatte heute 63,5 Patienten. Wer war denn der Halbe? Noch nie was von Schweigepflicht gehört? Eigentlich schade für dich. Was ist schade? Dass du... Na, weil du im Grunde eine erstklassige Praktikerin wärst. Übrigens eine der Besten, die ich kenne, ganz ehrlich. Wärst? Sag mal, wovon sprichst du eigentlich? Na, von uns beiden. Ich finde es schade, dass du sie aufgeben musst. Sag mal, wen muss ich aufgeben? Na, deine Praxis. Ich soll meine Praxis aufgeben? Sag mal, spinnst du? Aber Barbara, das haben wir doch alles längst besprochen. Du hast doch selbst gesagt, wenn wir Kinder haben wollen, dann ist es jetzt höchste Zeit. Rein biologisch gesehen. Und Kinder und Praxis, das schaffst du nicht. Hast du selbst gesagt. Nicht allein, habe ich gesagt. Kinderschwester kommt nicht in Frage. In den ersten Jahren braucht ein Junge seine Mutter. Und die muss auch Zeit für ihn haben. Was du nicht sagst. Oder willst du Herbert während der Sprechstunde auf dem Rücken tragen, wie eine Eskimo-Frau? Nein, ich werde Monika nicht auf dem Rücken tragen. Ich werde sie nämlich in die Obhut ihres Vaters geben. Und ob die die nun vorn oder hinten trägt, das ist mir ziemlich wurscht. Leider wird dieser Vater weder die eine noch die andere Tragweise ausprobieren können. Er ist nämlich Kardiologe. Und zufällig auch noch Oberarzt am Kreiskrankenhaus. Außerdem will er sich habilitieren. Tja, dann wird sich Monika doch einen anderen Vater aussuchen müssen. Einen, der sich nicht habilitieren will. Und Heribert? Der muss dann sehen, wie er auf die Welt kommt. Ich find das gar nicht so komisch. Glaubst du ich vielleicht? Schau mal Barbara, es geht doch nicht darum, wer von uns beiden der bessere Arzt ist. Oder wer die wichtigeren Aufgaben erfüllt. Sondern? Es ist... Ach! Die Juristen nennen das Güterabwägung. Wenn sich zwei Möglichkeiten bieten, beide mit Vor- und Nachteilen, dann muss man sich für die mit den wenigsten, beziehungsweise mit den geringsten Nachteilen entscheiden. Das siehst du doch ein, oder? Jeder von uns beiden liebt seinen Beruf. Jeder könnte sich und den anderen ernähren. Und jeder möchte eine Familie gründen. Ja, aber möglichst auch dieselbe, oder? Ja, und genau da liegt das Problem. Einer von uns ist naturgemäß im Nachteil. Er muss auf etwas, das ihm lieb ist, verzichten. Nämlich auf seinen Beruf. Zugunsten von etwas, das diesen Nachteil wieder wettmacht. Nämlich einer Familie. Kannst mir ja ab und zu im Krankenhaus assistieren. Ich? Naja, natürlich nur halbtags. Wir brauchen dann nicht mal eine Säuglingsschwester. Meine Mutter würde bestimmt, wenn man sie... Also mein lieber Dr. Medhabil ins P. Brinkmann, glauben Sie wirklich, dass Ihr Spezialistenstatus ein höheres Gutes ist als meine Allgemeinpraxis? Davon war doch nicht die Rede. Sag mal, glaubst du wirklich, Papst und ich, wir wären zu dämlich, um uns weiterzubilden? Papst hört einen Herzfehler, da sucht der Kardiologe noch nach seinem Stethoskop. Güterabwägung. Wenn Kinder glücklich aufwachsen sollen, dann muss ein Elternteil zurückstehen. So schwer es ihm auch fällt. Das ist so eine Art Naturgesetz. Ich weiß gar nicht, warum du dich da so... Ja bitte, dann gib doch deinen Posten auf und komm zu mir in die Praxis. Du größenwahnsinniger Fachidiot. Aber? Gar kein aber. Wenn Sie hier bitte unterschreiben würden. Oder wollen Sie es vorher noch mal durchlesen? Nein, nein, danke. Ja, damit wäre der Paragraf 8 B.O. erfüllt. Ich bedanke mich, Herr Doktor, äh, Herr Lambrecht. Diskretion ist Ehrensache, wenn ich das noch bemerken darf. Von da brauchen Sie sich überhaupt keine Sorgen zu machen. Ich mache mir keine Sorgen, Herr Kohlheller. Von mir wird niemand etwas erfahren. Weder die Ärztekammer noch Ihre Tochter. Ja, und, äh, falls wir uns nicht mehr wiedersehen sollten, bitte denken Sie nicht so schlecht von mir. Ich bin kein Erpresser. Normalerweise. Warum sollten wir uns nicht wiedersehen? Ich, äh, ich ziehe weg von hier. Für ganz. Ja, dann wünsche ich Ihnen alles Gute, Herr Kohlheller. Ja, bitte behalten Sie doch Platz. Ich finde es schon ganz allein. Ich wünsche Ihnen auch alles Gute, Herr, äh, Doktor, äh, Herr Lambrecht. Frau von Bräug, der muss ich ja auch noch Adieu sagen. Wiedersehen. Kohlheller. Du guck dir das... Gib doch ab, Junge! Abgeben! Menschenskinder! Geht doch ab! Paul! Das gehen wir schon wieder hin! Elf Meter für Italien, dann 16. Du hast es doch gesehen! Das ist ja auch! Faketti! Und er schließt! Es bleibt beim 0. Das hat aber gar nicht so weit raus! Das gibt es doch nicht! Hör mal! Wird heute nicht gepokert! Was ist? Auf der anderen Seite... Fugel-Wähler, immer noch Faketti, die er mit nach vorne genommen ist. Jetzt kommt die Deutsche Maske. Das ist Libu da. Das ist, was wir hier besprechen. Aber er wird abgefangen von Faketti. Ja! Nachher! Setz dich doch mal hin! Ein klares Foul war das! Sagt der Maske. Das muss ja nicht Vorteil gelten! Ich seh keinen Vorteil! Jawoll! Und jetzt! Tor! Und jetzt ist der Ball doch im Tor! Das war doch kein Abseits! Nehmen wir, das ist ein Abseits! Guck dir das an! Er entscheidet auf Abseits völlig unverständlich! Das ist ein Französer! Der braucht doch gar nichts zu wissen! Und es gibt einen Eckball! Na, fäng schon! Wir sind immer hier beim Eckball! Nun, aufregend ist diese Partie sicherlich! Und die Zuschauer sind überhaupt nicht im Leben! Nein, im Leben macht das ein Eckball! Sondern? Sondern? Weiß ich nicht, sondern! Aus der Mitte mehr! Jedenfalls am Tor! Wir wollen sehen, auf die Kopfballstarken ... 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 Ja, stopp! Jetzt schau dir das an! Was? Jetzt schau dir mal diesen Pfeifenzettel an! Der soll nicht im Kirschentraut oder singen! Ja! Vor! Ja! Warten! Lamprecht? Hallo, Paps! Das ist aber schön, dass du mal anrufst. Nein, nein, du störst überhaupt nicht. Ach, ich sitze hier noch in der ledigen Schreibkram. Geht's dir denn? Was machst du? Wir gucken Fußball, Deutschland, Italien. Weißt du, woher? Ach so, Klaus. Nee, hör mal, das ist außerordentlich interessant. Eben war ein Eckball im Abseits, sowas hast du noch nicht gesehen. Da gibt's nicht. Na ja, bitte. Du, hör mal, ich hab heute zufällig den Kohlheller getroffen. Na ja, hat er mir gesagt, der war so merkwürdig. Er hatte irgendwas Ernstes, ich meine, das könnte ja sein. Aber Papst Kohlheller ist ein super Hypochonder, das weißt du doch selber. Dem fehlt nichts, rein gar nichts. Klaus hat ihn erst letztens in der Klinik durchgescheckt, wirklich. Na, vielleicht hat er eine leichte Gastritis. Verkorkster Magen wäre treffender. Mir? Ach, so wie üblich. Mhm. Sag mal, Papst, können wir uns ja nicht mal wieder sehen? Ich kann dich im Moment schwer verstehen. Was sagst du? Hallo, bist du noch da? Ja. Ja. Ja, alles okay. Ja. Nachtpaps. Oh, ist dieses Spiel doch noch dramatisch geworden jetzt in der Verlängerung. Und die Italiener, sie lassen nicht mit. Sie kommen immer wieder. Das ist Faketti. Faketti auf Rosato. Und die deutsche Mannschaft ... Ja, bitte. Na, meine Frau, die störe ich nicht allzu sehr. Doch. Na, dann geh ich wieder. Komm, armes mal. Das ist ja ... Nein, nein, reden Sie nicht. Kommen Sie rein. Setzen Sie sich. Das muss so gleich aus sein. Der Schiedsrichter lässt nur nachspinnen. Heike! Rosato mit Burgrisch, der nach vorne geht. Und jetzt die Möglichkeit für die Italiener ... Ah! Tor! Das war doch unser Tor. Ja eben. Wunderbares Tor. Ach ... 1 zu 0. Eine Sekunde vor dem Schluss. Das hätte ich nicht gehabt. Ja, unsere Jungs sind schon großartig. Ich weiß, da kann einer sagen, was er will. Herr Lambrecht, die Italiener haben doch das Tor geschossen. Ah, wie schön für Sie da. Wird sich aber mein Erzengel sehr freuen. Wer? Ah, Cancelot. Das ist ein Bekanter von mir. Der heißt so. Ich hoffe, Ihr Besuch hat keinen unerfreulichen Grund und machen Sie immer noch Sorgen über diese Paragraphen. Ich hole Ihnen ein Glas. Sie meinen wegen der Bundesärzteordnung? Nein, nein. Längst nicht mehr. Das ist alles überstanden. Übrigens ... Ich wusste gar nicht, dass wir einen gemeinsamen Bekannten haben. So? Wen denn? Herr Kohlheller. Ach, Kurt. Mein Gott, der arme Junge. Sie kennen ihn näher? Aber ja. Er ist der Sohn einer verstorbenen Pensionatsfreundin von mir. Ich kenne ihn schon, aber auch noch ganz klein. Hat es nicht leicht gehabt im Leben. Zuerst mit dem Beruf als Versicherungsvertreter. Und dann das. Wieso das? Seine Krankheit. Prost. Was für eine Krankheit? Ich wollte schon mit Ihnen drüber sprechen. Irgendwas mit dem Magen. Ebenfalls ist sie unheilbar. Er war heute hier und hat immer gesprochen. Ich wäre seine Lieblingstante. Er nennt mich Tante Franzi. Ich muss sofort zu ihm. Wo wohnt er? In Allersberg. Wo ist das? Ganz am anderen Ende. Aber ich habe seine Adresse. Nein, nein. Stellen Sie mir erst ein Taxi. Ein Taxi? Das kostet viel zu viel. Nein, nein. Ich fahr sie. Sie fahren Auto? Oh doch. Ab und zu. Man muss in der Übung bleiben. Nicht so schnell. Ich denke, Sie haben es eilig? Eben drum. Das komische Auto hätte ich fast übersehen. Das war kein Auto. Das waren zwei Radfahrer. Ja drum. Die vielen Lichter blenden einen so, dass man überhaupt nicht sehen kann. Woran liegt das bloß? An ihrer Nachtblindheit. Sie brauchen Vitamin A. Ah. Wo ist denn das drin? Im Spinat? Auch Milch, Butter, Käse. Vor allen Dingen Moorrüben. Haben Sie welche bei sich? Gott. Um Gottes willen, er hat sich umgebracht. Nein, nein, nein. Ist er denn nicht tot? Ach, Ivo. Soll ich nicht doch einen Krankenwagen bestimmen? Nein, das ist ja gar nicht notwendig. Der Junge ist kerngesund. Er ist immer gewesen. Sie machen ihm einen heißen Café. Das übrige besorgt das kleine Sandmännchen. Ja, aber er hat sich doch... Sind denn das nicht Schlaftabletten oder sowas? Nein, er hat sich nicht. Das sind doch keine Schlaftabletten oder sowas. Na, was denn sonst? Ja, der Placebos. Das erkläre ich Ihnen später. Wenn Sie die Polizei nicht rufen, muss ich es eben tun. Das lassen Sie mal besser bleiben. Sie machen sich bloß Unannehmlichkeiten. Ihre Führung der Behörden und so. Der junge Mann hat ein bisschen zu viel Whisky getrunken. Wir kümmern uns um ihn. Guten Abend. Und das Zeug hier, das er geschluckt hat? Was ist das? Zucker vielleicht? Sehr richtig. Milchzucker. Ihr glaubt wohl, ihr könnt mich hier zu eurem Affen machen. Das kommt mir ja langsam verdächtig vor. Wer sind Sie denn überhaupt? Mein Name ist Lambrecht. Und Sie? Unwichtig. Können Sie sich ausweisen? Natürlich kann ich mich ausweisen. Jeder Bürger kann sich ausweisen, nicht? Danke. Herr Doktor. Sie werden entschuldigen, Herr Doktor. Ich dachte nur, weil die Hausverwaltung ... Na ja, schon gut. Dann darf ich mich jetzt also ... Schon gut, Herr Unwichtig. Entschuldigung. Gut, dass Sie ihn diesmal bei sich sind. Ja, ein reiner Zufall. Oh, er kommt zu sich. Kurt. Du mein Junge. Was machst du denn für einen Blödsinn? Was machst du denn für einen Blödsinn? Das ist ja schrassig. Ja, dann ... Mein Doktor ... Ich bin ... Du bist ein Idiot. Aber kerngesund. Gute Nacht und schlafen Sie trotzdem gut. Gute Nacht und schlafen Sie den Blödsinn. Gute Nacht und schlafen Sie den Blödsinn. Ja, mein Mann. Ja, mein Mann. Das ist ja ... Ist ja jetzt ... Lass mich rein. So. So, jetzt gehst du wieder auf dein Plätzchen. Ach, die Post. Reklame, 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 Reklame. Was ist das? Staatliches Gesundheitsamt. Für meine Güte. Herr Lamprecht, müssen wir Sie bitten, 2. Stock, Zimmer 214 einzufinden. 12.04., das ist ja übermorgen, Hypo. Das ist dieser Paragraf 10 oder 1 oder so. Jedenfalls, Junge, halt mir die Daumen. icyc. Chines, hier. Dann bin ich gerade auf dem earthquake-rad marsch. Ist diese Kul прив Lamprecht? Ist schon so, schau mal auf die Effektung. Oh, das ist die Kulisten. In der Kulisten wäre es von der Kulisten. Untertitelung des ZDF, 2020